Kerzenlicht ist Romantik. Für Anfänger. Machen Sie den nächsten Schritt und setzen Sie mit diesem außergewöhnlichen Dekofeuer stilvolle Lichtakzente in Ihrer Wohnung. Durch seine massive Form und die schön marmorierte Oberfläche trägt der Zylinder im Terrakotta-Stil zu einer behaglichen Atmosphäre bei. Der Brennmitteltank fasst 130 ml flüssigen Bioethanol für rund 45 Minuten züngelndes Flammenspiel. Der Vorteil des umweltfreundlichen Bioethanols. Die Flüssigkeit verbrennt ohne Asche, Qualm oder Rauch. Sie brauchen keinen Schornstein oder Abzug. Dank des schweren Sicherheitsdeckels ist das Feuer schnell und sehr sicher gelöscht. Ob als Lichtzauber im Eingangsbereich oder Flammenspiel im Wintergarten. Für dieses Terrakotta-Feuer wird auch Ihr Herz sofort entflammen. Am besten bestellen Sie den Bioethanol gleich mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017